Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Als ich eine Bauern sah, als ich im Wald studieren konnte, dachte ich, das ist etwas, das verschwindet, da musst du festhalten. Und da wusste ich noch nicht einmal, was ich mit diesem Film machen will. Es war einfach ein innerer Drang, ich muss vom Dorf Leute filmen. Das muss man unbedingt aufnehmen, das geht einmal weg. Seit über 50 Jahren filmt und fotografiert Bruno Käppeli sein Heimatdorf Meerenschwand. Wie kam es, dass ein kleines Dorf im Aargau für den Chronisten zu seinem Universum wurde? Davon handelt dieser Film. Ich kenne Bruno Käppeli schon sehr lange. Sein Sohn Samuel besuchte mit mir den Kindergarten. Das ist der Musikverein. Breit, Wickelbach, Bühne, Dorffilm. Also er ist sicher rum, aber ... Samuel, er ist hier. Kindergarten. Erste Klasse. 77. Sammy Klaus ist gekommen. Samuel. Gut, schauen wir euch den mal an. Halt. Der ist einmal jetzt runter. Gut. Es ist bald 40 Jahre her, dass ich im Ringelreihen um das Auto der Kindergärtnerin tanzte. Bruno Käppeli filmte, wie ich den Clown gab. Seine Aufnahmen zeigen den ganz normalen Alltag. Und doch haben sie eine magische Wirkung. Erinnerungen werden wach. Wohlbekannte Gesichter tauchen auf. Geschichten werden lebendig. Bruno Käppeli und mich verbindet die Leidenschaft für das Filmen. Und doch könnten wir unterschiedlicher nicht sein. Ich reiste für das Schweizer Fernsehen um die ganze Welt, filmte das Exotische, das Unbekannte, das Abenteuer. Bruno Käppeli findet all seine Geschichten im Dorf, in dem er vor 77 Jahren zur Welt kam. Das fasziniert mich. Irgendwann ist es eigentlich verrückt, dass wir so am Dorf hängen. Aber ich bin einfach im Dorf aufgewachsen. Das kann ich eigentlich nicht mehr ändern. Und ich will es eigentlich auch nicht. Mir gefällt es hier. Aber ich bin nicht stur, dass das Dorf so bleiben muss. Ich bin durchaus dafür. Ein Dorfkern schon darf heute in der neuen Generation angepasst sein. Und das wird auch der Fall sein. Das war eigentlich nur das Dorf. Sie haben meine Quelle zugelassen. Und das wäre nicht so, dass sie sich in der neuen Generation Das ist eine große Angelegenheit. Aber das ist eine große Angelegenheit. und er schlug den Winkel auf seine Heimat. Als er zur Welt kam, lebten hier 125 Bauern. Heute findet man im Dorf keinen einzigen Miststock mehr. Dank der Nähe zu Autobahn und S-Bahn hat sich Meer und Schwand zu einer modernen Pendlergemeinde entwickelt. Hier im Zentrum gibt es natürlich eine gewaltige Änderung. Der ganze grosse Bau hier unten, das wird alles Boden nehmen. Die Folge. Und auch der Hirsche ist für uns natürlich auch etwas, das verloren geht. Was noch bleibt, sind die Erinnerungen des Hirschens. Hier haben wir früher an meine Musik gemacht, vor 50 Jahren. Sein Haus hat Bruno Keppel 1965 selber gebaut. Ein Jahr lang kaufte er Zementsecke statt Filmrollen. Heute ärgert es ihn, dass das Baujahr die einzige Lücke in seinem Archiv ist. Das Fotografieren und die Filmerei blieben zeitlebens sein Hobby. Der Film war damals ein chinesisches Dorf für mich. Dagegen wäre da nichts zu machen gewesen, als ich hier eine Lehre machen konnte. Dann musste ich einfach nach der Schule in die Seidenfabrik Stählen. Da war ich ein Jahr lang laufgummi. Aber dann war ich schon gleich, dass es da nicht hier sein kann, was ich für das Leben machen wollte. Und da war dann irgendeine Stelle der Nähe eine Lehrstelle frei für Metalldrücker. Er blieb seinem Lehrbetrieb bis zur Pensionierung treu, 43 Jahre lang. Das ist aber ein Beruf, den du gerne gemacht hast? Mit der Zeit dann schon. Das klingt aber nicht gerade begeistert. Nein, also die ersten zehn Jahre, wenn ich mein Hobby nicht hatte, stand das nicht durch. Dann war das Filmen auch eine Flucht aus dem Alltag. Eigentlich schon. Wenn ich so Serienbüte gemacht habe, habe ich schon gestudiert, was ich jetzt wieder filmen könnte. Also, ja, eigentlich immer davon träumt. Bruno war das zweitjüngste von neun Kindern. Vater Anton arbeitete als Schnapsbrenner im Nachbardorf. Mutter Martha verdiente ein Zubrot als Hutmacherin. Oder wie man im Dorf sagte, als Hütleri. Bruno Käppeli und seine Frau Susanne sind seit 46 Jahren verheiratet. Und wir zwei, noch jung und knackig. Ja, noch knackig, ja. So Hütte. Das waren noch Zeiten. Ja, aber die ist der Hütte. Viel Zeit für Romantik bleibt den Frischverliebten nicht. Bruno Käppeli hatte drei kleine Buben mit in die Beziehung gebracht. Seine erste Frau war völlig überraschend an einer Hirnblutung gestorben. Mit 27, mit drei kleinen Händen allein, oder? Wie war diese Phase in deinem Leben? Ja, ich hatte eigentlich mehr mit den Kindern, nicht mit mir. Ich meine, sie waren, wie gesagt, noch so klein. Und äh ... Schon keine Mutter mehr? Schon keine Mutter mehr. Für mich war einfach das Thema, dass ich bald wieder jemanden haben muss. Das war natürlich nicht so einfach. Äh ... Ja, ich konnte ja nicht tanzen und eine Frau suchen. Und ... Da habe ich halt in einer katholischen Zeitung das Inselrat gemacht. Äh ... Drei Kinder suche ich meine Mutter. Und äh ... Und äh ... Natürlich da auch x ... x ... Möglichkeiten hatte ich da gehabt. Aber äh ... ... die richtige Frau verwischt. In seiner Freizeit hat Bruno Käppeli über 300 Filme realisiert. Ich möchte eigentlich die alte, gute Zeit, die es ja eigentlich nie gegeben hat, zeigen. Ich finde immer, äh ... Wenn man die Vergangenheit nicht kennt, hat man auch Mühe mit der Zukunft. Und äh ... Es ist mir eigentlich gelungen, alle Handwerker so damals zu filmen, noch vor 50 Jahren. Aber auf 8 mm natürlich. Einer dieser Handwerker ist Elektriker Hans Keller. In den 60er Jahren filmte Bruno Käppeli ihn bei der Installation von Hausanschlüssen. Heute gehört Hans Keller zu den ältesten Meerenschwandern. Er ist für den Dorfchronisten eine wichtige Quelle. Soll ich meine Kappe anlegen? Nein. Es tut mir ein bisschen auf die Wände. Aha. Wenn ich kürze die Augenoperation habe. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Äh ... Sorry. Ich habe hier wieder zugezogen. Ja, jetzt. 45 habe ich die Prüfung gemacht als Elektromonteur. Ich kann noch nicht anfangen. Ist gut. Der Ton ist für mich gut. Warten wir mal. Jetzt ist gut. Ja. Eben 1945, als der Krieg endlich einmal fertig ging, hatte ich auch die Gelegenheit, eine Lehrabschlussprüfung als Elektromonteur zu machen. Mit was habt ihr denn den Weg hinter die Füße genommen? Ja. Man hat jemanden angestellt, vielleicht mit einem Feuerwerk. Ja. Das waren einfach ganz andere Zeiten. Ja, gut einmal vorläufig. Ja. Sehr gut. Du hast das auch ganz gut gemacht. Ja. Also, Hans. Bruno, alles Gute. Ich hoffe, du kannst ... Dann ist noch ... Du bleibst noch über den Land. Das ist ein Geschenk für Mary Schwand. Er, der schon so viele Jahre gefilmt hat, da wären viele, viele Sachen verloren gegangen, wenn man ihn nicht hätte, wo das schon ... Ich bin jetzt hier 20 lang. Regelmässig macht Bruno Käppeli auch Luftaufnahmen von Mary Schwand. Er will dokumentieren, wie die Gemeinde wächst und wie sich das Dorfbild verändert. Da unten spielte er über 40 Jahre lang Trompete im Musikverein. Da unten turnte er 30 Jahre lang in der Männerriege. Sein Dorf hat er ein einziges Mal für längere Zeit verlassen, als er 17 Wochen lang die Rekrutenschule absolvierte. Man sieht nur, wie schnell sich das geändert hat. Das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre, als ich diese Aufnahme gemacht habe. Das ist jetzt schon alles überbaut. Hier ist es überbaut. Hier stehen 54 Wohnungen. Und hier ist natürlich auch alles überbaut, das ist klar. Aber wie man nur sieht in diesen paar Jahren, wie sich ein Dorf verändert. Bruno Käppeli ist Kurator des Dorfmuseums. Wenn ein Handwerksbetrieb oder ein Laden im Dorf für immer schloss, rettete er die Einrichtung. So kann er ganze Werkstätten im Museum wieder aufleben lassen. Momentan gestaltet er eine Sonderausstellung mit dem Titel «Mehrenschwand gestern, heute und morgen». Auf einer alten Luftaufnahme platziert er Fotos historischer Häuser, die der Modernisierung zum Opfer gefallen sind. Für mich könnte ich von jedem Haus die Familiengeschichte ein Stück weit erzählen, wer dinnen gewohnt hat und was da gelaufen ist. Wie ist das Dorf eigentlich eine weitere Familie? Eigentlich schon. Man hat einfach einander gekannt. Es hatte Vor- und Nachteile. Man wusste natürlich auch immer, was in der anderen Familie gegangen ist. Das Museum ... das ist einfach das, was ich noch brauche. Und das sind noch meine grössten Freuden, die ich eigentlich habe. Auf diese schönen Freuden sollte man ja nicht verzichten. das braucht man zum Leben, oder? Das braucht man zum Leben, oder? Die schleichende Modernisierung zu akzeptieren. Schliesslich gehören auch die Flachdachbauten zu seinem Dorf. In der aktuellen Ausstellung stellt sich der Nostalgiker diesem Wandel. Eine bewundernswerte Offenheit. In der Zukunft wird es in dieser Modernisierung auch noch Platz für einen Dorfchronist wie dich, oder? Wirst du der Letzte sein, der noch so mit viel Liebe alles dokumentiert im Dorf? Ja, das wird schon der Weg sein, weil ... Die Jungen sind natürlich in einem älteren Zeitalter, oder? Ich meine, das sind 60 Jahre dazwischen, oder? Ich denke jetzt ganz anders und denke ganz andere Ideen. Was ja auch nicht schlecht ist, oder? Auf diesen Tag hat Bruno Käppali lange hingearbeitet. Heute ist die Eröffnung seiner neuen Ausstellung. Das ganze Dorf ist da. Die Stimmung erinnert an ein Familientreffen. Grüezi. 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 Du altes Haus. Ich habe dann noch eine Foto von dir von dir. Ich habe ja auch einen Film gemacht von dir. Jetzt habe ich zu diesem Film aus noch eine Foto gemacht. Ja. Ja. Der Lauf der Zeit verwandelt Bruno Käppalis Fotos und Filmaufnahmen von früher in einen kostbaren Schatz. Einst belächelten ihn die Leute, wenn er den vermeintlich langweiligen Dorfalltag dokumentierte. Heute strömen sie in seine Ausstellungen und bestaunen die eigene Vergangenheit. Die Ausstellung ist für mich ein volles Erfolg. Das ist eigentlich der Lohn der ganzen Sache. Dass die Leute Freude haben. Und das ist mir, glaube ich, gelungen. Die berühmteste Meerenschwanderin verpasste die Ausstellungseröffnung. Vor dem Dorfmuseum hat sie ihr eigenes Denkmal, gestaltet von Bruno Käppali. Es erinnert an die Wahl von Doris Leuthard in dem Bundesrat. Natürlich hat Bruno Käppali auch sie gefilmt. Als Schülerin in der Primarschule und als fesche Tänzerin in der Frauenriege. Musik 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 Gewiss, im Dorf sind alle gleich, ob Akademiker, Metalldrücker oder eben Bundesrätin. Doch Bruno Käppeli ist ein zurückhaltender, bescheidener Mensch. Ich musste ihn regelrecht drängen, die berühmte Meerenschwanderin für diesen Film zu einer privaten Führung einzuladen. Doris Leuthard wohnt noch immer im Dorf. Schau, jetzt kommt sie sogar mit mir. Doris, weisst du schon, Schatz, dass das geklappt hat. Ja, für dich mache ich das. Ich habe hier eine neue Ausstellung gemacht. Gestern und heute ist es noch gut bei den Leuten angekommen. Ja. Da hatten wir mal alle Wirtschafter. Ja, die wir mal hatten. Auch haben. Das ist auch gut angekommen. Ja. Die Grossfamilie wollte ich zeigen. Ja. Und da habe ich natürlich auch eine Realität. Das Baby, da kommt mir noch das Taufkleid irgendwie bekannt vor. Das würde ich vernehmen. Ist das von Mami? Ja. 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 Ja, ja. Da bin ich wirklich getauft worden. Ja. Ich war in der Hausgeburt. Nein. Es war praktisch alles im Hausgeburt. Ja. Ja. Ein Stück mit den Kleidern. Ja, das wollte ich gestern zeigen. Das sind auch Frauen. So haben wir als Buben diese nach der Kirche gesehen. Ich habe vom Grossi auch noch einen Rock aufbewahrt. Ja? Ja, natürlich. Eben schwarz mit weissen Kröpfen. Du hast ja nicht vortrühren, oder? Nein, nein, nein. Dann habe ich alles noch aufbewahrt. Was bedeutet der Einsatz von Bruno Käppli für ein Dorf wie Merischwand? Ja, ich denke, es ist ein historisches Gedächtnis und Veränderung. Wie war es einmal? Ich denke, das ist auch ein Bewusstsein. Wie viel hat sich in 30, 40, 50 Jahren so ein Dorf verändert? Im Positiven wie im Schlechten. Das kann man nie nur gut sehen. Aber ich glaube, das ist wertvoll, dass sich die Menschen nicht mehr bewusst sind. Es ist nichts Statisches. Nein, nein, da steht bei Bruno Käppli in grossen Verdiensten, dass man das festhält. Und eben nicht dann irgendwo in seiner Privatsammlung zu Hause, sondern er hat das eigentlich immer zur Verfügung gestellt. Und immer wieder sein Arbeiten auch. Ja? Ja, ja. So können die Leute begeistern. Ja, die haben sie natürlich immer wieder ausgebaut. Wann haben Sie den Bruno Käpplis als erstmals wahrgenommen, als Dorf chronisch? Was sind das für Erinnerungen? Das war natürlich schon in der Schule. Eben von seinen Gesöhnen. Der Eltische ist mit meinem jüngeren Bruder in der Schule. Ja. Und eigentlich als erstes vielleicht die Weiber, die Alteibermühle. Das war ein Theater gewesen, in der Schule. Ich weiss gar nicht, Schulhausenweich. Schulhausenweich, ja. Und als junges Mädchen hatte ich dort eine Rolle. Und dort waren wir natürlich schon furchtbar stolz, dass wir dann im Theater mitmachen dürfen. Und dort ist es mir dann lieber, dass wir hier filmen. Und von da weg hat man das eigentlich immer etwas verfolgt. Ja. Also Doris, noch mal besten Dank. Danke vielmals. Grüße Susanne. Ja, schönen. Und eine gute Zeit. Könntest du dir dann vorstellen, in einem anderen Dorf zu leben? Ja, eigentlich nicht. Ich sehe nicht alle, wenn ich nachher reisen gehe. Nach einer ... Nach einer Woche muss ich wieder nach Hause. Ich muss einfach immer wieder ins Dorf zurück. Das ist eigentlich Blödsinn. Ich bin in dem Sinne vom Dorf nicht abknabelt. Wenn man es so sagen kann. Sein Dorf, das ihn jetzt sogar zum Ehrenbürger ernannt hat. Ich habe es gebraucht. Ich habe es gebraucht. Ich habe es gebraucht. Ja.